Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Subnautica Feind einer Anworts Entertainment! So, was hat man vor? Schon mal da so lange her. Der Braun-Einzug ist da. Und genau, wo geht's da hin? Da wollten wir doch auch mal rein. Boah, verdammte Axt. Können wir dazu. Braun nehmen? Eigentlich nicht, ne? Haben wir überhaupt noch was hier? Essen? Ah, Sporen, da war doch was. Verdammte Axt! Raus hier! Raus hier! Die kann man doch gleich noch setzen. Dann, 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 dann. Ist das hier unten? Hm? Ne, ich hab mich nur verguckt. Und schwimmen wir hier nicht dagegen. Was haben wir denn hier? Wir haben Deppelze. Wir haben das Gras. Windekras. Wir haben das Klöppschieß ohne Ende. Und wir haben vergessen, hier wieder hinzusetzen. Außenmodule, Bildkasten. Na, schwenken wir mal nicht so. Hm, ich will den mit... ...dich setzen. So ungefähr. Dann, du weißt, wie das geht. Hier hin. Wieso hab ich da noch mal Bild zum? Das ist der Quatsch. Ja? Das ist der Quatsch. Dann können wir uns auch die rausklauen. Und dann da was anderes reinbasteln. Wie sieht's denn hier hinten aus? Hm. Apropos. Da muss ja dann dort auch noch mal wieder... Oh, da stimmt das ja alles nicht mehr. Wenn wir hier... Blümchen, Licht, Blümchen, Licht, Blümchen... Ja, dann muss ich ja besser umbauen. Mach ich aber offline. Dann kriegen wir hier hinten vielleicht auch mal wieder eine Reihe normal rein. Ja, boah. Wieso brauche ich nicht so tragisch? In der Zeit kann das hier wachsen. Machen wir hier noch mal ein Beet. Daufern. Besser. Schnauze da hinten. Dann machen wir hier noch mal ein Beet. Daufern. Dann sollte ich vielleicht mal auftauchen. Daufern. Mann. Das verfolgt mir schon die ganze Staffel. Das auch mit Tierchen. Mh. Bam, 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 bam. Aber da müsste ich doch dann mit der... Mit der... Mit der Fluss dort rein, ne? Mit der Mutter. Müsst ihr doch mal gucken. Komm, wir gucken mal wie tief das da ist. Ich hab keine Ahnung, ich bin da noch nie gewesen. Zack. Willkommen aboort, Captain. Dann sind wir hier rein. Brauche ich hier irgendwas bestimmtes? Eins auf dahin. Zwei auf dem Scanner. Das ist richtig. Konstruktionswerkzeug brauche ich eigentlich nicht. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Reparatumwerkzeug. Laser auf die vier und dann das Licht auf die fünf. Irgendwas habe ich nicht mit, was sonst da drin ist, aber... Zusatzmodule. Was hat denn die Flüschwürt-Zusatzmodule? Seemotten-Solar-Ladergerät. Wir haben Torpedos. Wir haben aber noch nichts zu tief tauchen, ne? Halt. Bam. Zusatzmodule. Druckkompensator plus. Stolpern. Computerchip kriegen wir alles nicht mehr zusammen. Rumpf-Verstärkung könnten wir uns noch bauen. Seemotten-Solar-Gerät hat man... Polyanlilin-Krimer noch. Polyanlilin-Magnetit-Krimer noch. Mäh, mäh, mäh. Druckkompensator hätte ich schon gern. Können wir nur den aus dem braunen Zug ausbauen. Wir schwimmen mal dorthin. Wie weit könnte sie tauchen? So, das ist mir nichts. Das war das Plast-Stolpern-Computerchip. Ich guck noch mal, ob wir einen noch zusammen kriegen. Das kann ja wohl nicht wahrlich sein. Plast-Stolpern. Krimer zusammen. Computerchip. Wäre Gold. Krimer zusammen. Kupfer. Krimer zusammen. Zwo mal Gold. Ne, einmal Gold. Und zweimal Blub. Lüthium. Einmal. Einmal. Bahn, einmal. Bevor ich's vergesse... Maaaann, lass mich ja ran du. Bevor ich's vergesse, bauen wir gleich einen Töschtei-Bahn. Bah, 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 bah. Gebe her. Los. Genau, danke. Haben wir hier noch im Müll? Müll, 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 Müll. Haben wir nicht mehr drin liegen? Haben wir auch nicht. Haben wir drin liegen? Oh, da soll's. So komisch aus. Ich dachte, das war ein Heldenbruch. Haben wir noch drin liegen? Zwo Stück. Jawohl, danke. Mit. Zyklotriebwerks-Effizienz. I.O. Nein. Da hoch. Nein. Da hin. Und da hin. Ein Kupfer-Trat. Macht man aus zwei Kupfer. Und dann macht man einen Computerchip aus dem Kupfer-Trat in Gold. Und den Tischko rein proben. Dann haben wir die Nummer eins. So. Hier lebt alles drin. Super. Alles gedeiht. Könnte ich auch mit ein Pflänzchen reinpacken. Zusatzmodule pro Kompensator. Haben wir. Damit kommen wir schon mal ein bisschen tiefer. Moment. Geh mal raus. Ja, hier rein. Hier rein. Hier rein. Und nehm mal eine mit. Ich will nur mal sehen, wie das drin aussieht. Schon wieder so ein Fischi. Aber diesmal warst du ein Reiffisch. Wie die heißen? Wir brauchen mehr Ressourcen. Wir brauchen mehr Ressourcen. Wir müssen wesentlich mehr bauen. Und ich wollte nochmal nach hinten gucken, was wir für das zweite Upgrade brauchen. Ich weiß. Wir brauchen nur tauschen. Aber ich will nicht tauschen. Ich will immer alles für jeden Einzelnen haben. nicht zu Club sehen. Nicht zu Club sehen wollten. Zusatzmodul. Zwei-Plus-Stau-Bahn. Ne, kriegen wir nicht hin. Kristalline ist alt. Ne, kriegen wir alles nicht mehr hin. Oder? Was fehlt denn im Moment? Das kümmern. Ich komm hier nicht weg. Da ist Stauborn. Kriegen wir hin. Computerchips fehlen. Computerchips fehlen heißt, ich hab ein... Ein Kupfer da. Oh, weiter habe ich hier drüben noch ein Kupfer. Das kann nicht sein, dass hier ein Kupfer fehlt. Verdammte Axt. Warum wollen wir hier sicherlich noch nachgegen drum stehen? Das Problem ist, ich muss Größe, Größe finden. So, einen Versuch machen wir noch. Wir bauen mal mit der Zyklo. Energie auf. Hier. Dann machen wir mal ein, ne? Engine. Powering. Ab. Einfach nur erste Sahne. Geh mal in die Kamera. Map, Map. Kann man noch muten? Ne. Gut schon. Die Hube ist weg. Nein! So. Ich bin mir nämlich fast sicher, dass wir hier... Halt die Klappe! So, was ist denn jetzt? Ich würde eigentlich nur sagen, ich bin mir fast sicher, dass wir hier irgendwo noch... Anzug stehen haben. Genauso wie hier. Was ist denn das denn? Ist das schon so was? Auf jeden Fall ein bisschen groß ist. Aber das könnte Kupfer sein, oder? Was ist denn hier los? Was macht denn ihr hier für ein Tower? Wir sind hinten. Jetzt bin ich oben drauf. Lass mal eine Zyklo. Oh ja. Ich glaube, er ist an! Irgendwas ballert hier fröhlich dagegen. Leider will nicht die kleinen Fischies hier sein. So, das ist die Front vorne. Der könnte ich mit dem... Gleich hier raus. Ähm, wie war das? Einfach loslassen? Jawohl, komm ich auch aus der Kamera raus. Ja, hakt's aber ganz schön. Mach mal sowas nicht, du. Eins, zwei, drei. Hop, 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 hop. Was hast du denn schon wieder? Dann mach's Licht aus. Ne, das war ihm. Dann machst du das. Das gefällt mir von hier drin ist schon wesentlich besser. Denn... Wie sieht's denn eigentlich hier aus? Hier ist voll. Boah! Hier sollten wir vielleicht mal wechseln. Hop, hop. Und hop. Hop, hop. 64, 100 Prozent. Naja, bap, bap. So. Sieht halt aber schon besser aus. Was sagst du hier hinten? 1500... Ne, das ist Health. Also hat man doch noch nicht angeschlagen. 95 Prozent. Nein. Nein. Ja, kannst du gleich entladen. Das macht Schwachsinn. Dann muss ich das so machen. Und dann so und so. Und da rein und da rein. Und so und so und da rein. Und wir haben also fast nichts verbraucht. Das ist schön, das ist top wie geil. Lobby. Jetzt mal rein hier in das Gerät. Hallo? 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 Jetzt. Ich hab... Wo ist es? Da. Ah! So geht oben. Oh. Da ist gerade was weggeflogen. Da sind wir aus. Da sind wir aus. Das sind halt 100% Da sind wir auch noch 100% Und schon 100% Dann sieht alles gut aus. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hier runter. Gehen wir raus hier. Äh. Kupfer. Aber das ist jetzt alles. Sicher nicht. Ja. Ich höre dich schon. Sprachkopf. Das. Ne. Hier. Und hier. Wie weit ist es geflochen? Das war scheißegal. Wir haben Kupfer. Alter das macht Spaß mit dem Gerät. Ist hier noch was? Da stehst du irgendwo drin. Ne ne. Was ist denn das? Das sind die Zusatzmodule? Fort. Aha. Kann ich unterwegs sozusagen noch was in die Schreien packen? Kann ich da irgendwie drauf zugreifen? Okay. Ähm. So. Aha. Ich hab keine Ahnung wie es gemacht hat, aber es hat geklappt. Und wenn wir mal einmal hier sind. Was ist mit dir? Alles in Ordnung? Gut. Engine powering up. Nein. Nein. Engine powering up. Kamera. Hätte ja sein können, dass ich ja noch was finde. Moment. Ja. Dreh mal auf der Stelle bitte. Dreh mal weiter auf der Stelle. Ich hab da was gesehen. Da, 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 da. Und was ist das hier unten? Sind das normale Flecken oder sind das Erze? Ah, das sieht so. Bäh. Da muss ich selber raus. Oh, mach mal das Licht hier drinnen wieder ein. Das ist ja kratisch. Hier wo ist es. Das ist noch bestimmt? Genau. Kein Stein, ne? Blei. Und das sieht aus wie ein Titan. Das wäre natürlich richtig geil. Und was? Ne. Aber. Ich will ja rein. Da rein. So. Hoch. Mach mal hinten zu nicht, dass der Wind reinkommt. Ne. Außen doch nicht, oder? Sieht doch scheiße aus. So. Da waren wir, da waren wir da rum. Ne. Da ist hinten. Da ist vorn. Tak. Für dich ist jetzt erstmal Gott. Du. Huuu. Weiß. Pause. Ja. Weiter vor sollte ich nicht. Ding, ding. Machste gut. Und. Wie sieht es aus? 93%. Wollt ihr schon runterfahren? Lass los. Wir springen nochmal schnell in Elgrät. Ich glaube da gewinne ich mich so schnell nicht dran. Der wird auf jeden Fall auch wieder aufgeladen. Das ist gut. Ich wünsche mir 100%. So mal, wippt die Gegend rund doch nicht, oder ist das... Boah, das geht ja auf die Augen. Ne, das ist krass. Wenn du unten auf den Sand guckst, siehst du, dass der sich nicht bewegt. So, was ist es mit dir? Muss ich um eine klatschen? So. 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 war es alles runtergefallen. Ist hier noch irgendwas im Berchen aufgefallen? Oh mein Gott. Nein! Fünf! Ich will was sehen. Was ist der Heide unten drunter? Tatsache. Ist das? Ja. Geil. Wie wir haben wir denn? Oh, cool. In den Tor fast voll. Oh, jeil. Jetzt siehst du die richtig im... im Seinematt. Also von denen hier können wir wirklich noch ein paar mehr vertrauen. So. Komm ich so schon hoch? Ne, Schuhkraftball. Schuhkraftball. 100%. Na komm. Zieh hoch. Jawoll. Siehste. Geht doch. Da war es noch ganz rot. Hab ich schon wieder Leben verloren? Ne. Full aufgeladen. Krasses Ding. Wieso lassen wir die nicht einfach hier stehen? Ach ne. Engine. Powering up. Die könnte es doch auch mal in die Kamera gehen. Vielleicht finden wir ja noch mehr auf dem Weg. Die Kamera. Die Kamera. Die Kamera. Ja. Ja. Ach wir waren schon davor. Alles klar. Aha. 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 Hier unten geht es ja noch weiter. Hier unten ist ja noch mehr. Mein Erzang. Das muss ich doch alles mitnehmen. Große Sachen sind hier noch nicht. Nee. Das ist nur das Frack. Und an dem waren wir schon. Wenn ich mich recht entsinne. Wir können ja trotzdem nochmal gucken. Boah. Jetzt. Wo geht es aber? Was ist das Spiel selber? Ja. Da waren wir drinnen. Da ist aufgeschweißt. Und hier geht es dann irgendwo in die Tiefen runter. Das heißt wir können die Zyklopio stehen lassen. Hier haben wir alles. Da können wir sie auch zurückbringen. Und hier geht es noch weiter runter. Komm. Gehen wir mal vor dass ich hier was sehe. Das passt. Das passt. Da können wir nämlich das Tiefendingens bauen. Der hat aber heute ein Problem mit den Nachläufen. Das ist doch. Schon nicht mehr feierlich. Jetzt. Ist nur gerade erst hier gewesen. Verdammte Axt. Fischi schlepp mal einfach mit. Dich lassen wir ein schönes Stückchen mehr da draußen. Was lassen wir? Ja. Sind es Lecks nur oder sind der? Und ja. Den Rest basteln wir dann in der nächsten Runde. Denn wir sind hier auch schon wieder einmal durch. Ich bedanke mich für das Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Ach. Reichlich haben wir rausgeholt. Bleib aus nicht die Toren. Verdammte Axt. Wenn es euch gefallen hat. Sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder. Zu Subnautica von Anna Worts Entertainment. Bis dahin. Auf Wiedersehen und Tschüssiikowski. Tschüssiikowski. Schaalung. Wir sehen uns. Tschüssiikowski.